Hallo und herzlich willkommen bei Dein Geld, Deine Verantwortung. Mein Name ist Sven und wir schauen uns heute an, was denn eigentlich mein Hund kostet. Und zwar war Luna ja unsere Berner Sendenhündin schon öfters mal mehr oder weniger unfreiwillig Gast im Stream zum Beispiel, wo sie irgendwie die Lampe hier fast umgeschmissen hätte und habe sie ja auch das ein oder andere Mal schon gezeigt. Und die Nachfragen kamen, okay, was kostet denn das Ganze eigentlich, sich so einen Hund anzuschaffen an Unterhaltungskosten und so weiter. Und wichtig, wenn euch das Video nicht interessiert, vollkommen in Ordnung, dann gerne eins meiner anderen Videos gucken. Ist einfach mal etwas anderes irgendwie zu dem Thema, hat natürlich auch mit Finanzen zu tun, hauptsächlich eher mit dem Thema Kosten. Und werde natürlich auch hier in dem Video ein paar Bilder irgendwie von Luna zeigen, falls da irgendwie jemand Bock drauf hat, wie auch immer. Genau, also was hat sie gekostet? Also sie ist ein reinrassiger Berner Sendenhund und die Anschaffungskosten im Prinzip liefen sich auf 1600 Euro. Also 1500 hat sie selbst gekostet und dann kamen noch so ein paar Zusatzkosten drauf, sodass wir ungefähr bei 1600 Euro rauskamen. Da war dann nochmal ein Futtersack mit dabei und Napf und so weiter. Also eine erste Ausstattung wäre jetzt zu viel gesagt, aber noch so ein, zwei Kleinigkeiten eben, die da noch mit dazugekommen sind. Also schon mal als Anschaffungswert 1600 Euro jetzt nicht ganz so wenig. Ein anderer würde jetzt natürlich sagen, die Liebe eines Hundes ist unbezahlbar, aber hier kostet es jetzt halt trotzdem 1600 Euro. Darüber hinaus haben wir natürlich Anschaffungskosten gehabt, wie zum Beispiel für eine Leine, ein Halsband. Wir haben hier so ein kleines Bettchen gekauft, du hast Spielzeug gekauft. Also wirklich verschiedenste Sachen. Da kann man viel Geld für ausgeben. Man kann auch etwas weniger Geld für ausgeben. Das kommt dann sehr auf den eigenen Geschmack an und wie man das gerne hätte. Tendenziell ist es so, so ein Berner Sennenhund wird, ich würde mal sagen, so zwischen 40 und 50 Kilo schwer. Sie wird wahrscheinlich eher in der unteren Range dann sein, aber die Dinge sind natürlich teurer als jetzt irgendwie für einen Chihuahua oder sowas, weil alleine für eine Leine oder sonstiges, für ein Halsband, du brauchst ja viel weniger Stoff auch. Also deswegen ist das tendenziell auch alles etwas teurer. Wenn man das alles so ein bisschen zusammenrechnet, ich habe mir mal die Rechnung so nebeneinander gelegt und das alles in den Topf schmeißt, dann wird er rausgekommen bei 750 Euro. Das heißt, wir hatten jetzt an, ich nenne es mal Erstausstattung plus Hund Kosten von circa 2350 Euro, was natürlich schon einiges ist, ja, ist jetzt nicht unbedingt super wenig, aber wir haben uns das im Vorfeld gut überlegt, von daher wussten wir da schon relativ gut, was uns da erwartet und was da auf uns zukommt, ja, sowas wie Näpfe und sonstiges. Es sind viele auch Kleinigkeiten, aber die müssen dann doch gekauft werden, wenn einem dann auffällt, oh, das wäre noch gut und das wäre noch gut und dann hast du irgendwie eine 1,50 Meter Leine und dann hast du noch so eine kurze Leine für einen Hundeplatz und so weiter. Also, ja, wenn man da eben sagt, 2350 haben wir jetzt ausgegeben, man kann mit Sicherheit deutlich mehr ausgeben, man kann mit Sicherheit auch deutlich weniger ausgeben, da ist ja auch der Kosten für den Hund mit drin, ne? Es gibt natürlich auch günstigere und teurere Hunderassen und reinrassige, nicht reinrassige und so weiter, genau, so ist das. Ja, komm mal hoch, ihr Arf, oh, hallo. Ja, kleine Unterbrechung jetzt in diesem Video, ich bin hier gerade mit der Luna, wir sind gerade am Schneiden und es gibt auch fleißig, ja, crunchy, crunchy, oh, schön reingegessen, lecker. Wir sind gerade auf jeden Fall hier am Video schneiden, gell, und lassen uns die Leckerchen schmecken, das ist eine schöne Sache. Ich hoffe, euch gefällt das Video und wir sehen uns hoffentlich bei einem der nächsten Videos wieder. Ähm, Like da lassen, freut mich natürlich auch immer, der Hund frisst mich hier gerade. Was neben den fix, oder nicht fix, sondern den einmaligen Kosten eben auch, glaube ich, ganz interessant ist, was kostet denn so ein Hund eigentlich monatlich, ja? Da haben wir da verschiedene Posten irgendwie, das ist einmal die Versicherung, die irgendwie 5 Euro im Monat kostet, dann haben wir die Steuer, die kostet 10 Euro im Monat. Und Futter, ja, man muss sagen, so ein Berner-Senn-Hund, der isst dann schon auch ein bisschen mehr. Darüber hinaus geben wir ihr jetzt zum Beispiel nicht nur Trockenfutter, sondern ihr kriegt irgendwie auch Bio-Rind und so weiter. Also, wir gucken da schon, oder hier körnigen Frischkäse, da gibt es mal ein Hip-Gläschen und so weiter. Also, auch gerade so ein bisschen eine Abwechslung für den Hund, hauptsächlich aber Trockenfutter, aber eben ab und zu mal mit ein bisschen Abwechslung noch dazu. Und da sind wir so circa bei 35 Euro im Monat. Darüber hinaus noch das ganze Thema Leckerchen. Gerade am Anfang, wenn man dem Hund viel beibringen möchte, arbeitet man viel mit Leckerchen. Und je nachdem, was für Leckerchen man kauft, sind die dann auch ab und zu mal etwas teurer. Wo ich mir dann auch manchmal denke, muss das eigentlich sein? Aber gut, da sind wir jetzt derzeit so bei 40 Euro im Monat. Das ist dann nicht nur irgendwie das Leckerchen für den Spaziergang, sondern auch Beschäftigung für zu Hause, wenn ich irgendwie am Arbeiten bin und Anna auch am Arbeiten ist und die gerade so eine unruhige Phase hat, dass man ihr mal so, es gibt so Donuts, ich kann euch auch bestimmt mal einen einblenden, die sie total feiert und liebt. Und da ist die eine halbe Stunde dran beschäftigt, das Ding zu kauen. Die kosten, glaube ich, drei Euro oder sowas. Oder ist die beschäftigt? Also solche Sachen fallen da drunter. Oder auch das klassische Leckerchen, wenn man irgendwie spazieren geht. Darüber hinaus bisher, seitdem wir sie haben, ich denke, das dürfte sich auch erstmal so weiter durchziehen, hatten wir jetzt durchschnittliche Tierarztkosten im Monat von ca. 30 Euro. Wir haben jetzt am Anfang versucht, eben nicht mit so chemischem Zeug irgendwie gegen Zecken zu agieren. Leider hat das alles andere nicht so wirklich gewirkt, aber sie hat das ganz gut vertragen. Das heißt, wir haben jetzt noch so Zecken gedönst, dass wir ihr einmal im Monat so ein bisschen aufs Feld träufeln müssen. Kostet nochmal 10 Euro. Dann haben wir den Hundeplatz, wo wir jedes Wochenende im Prinzip sind, eben für 8,50 Euro. So ein Jahresbeitrag ist das. Dann hast du nochmal so ein, zwei andere Kleinigkeiten, die du dann eben kaufst. Also ich habe das auch mal zusammengerechnet. Und da kommen wir dann doch auch auf 150 Euro im Monat. Könnte man jetzt sagen, Sven, da kannst du ja wieder Sparpläne für machen. Und wie kannst du nur und so weiter. Zum einen teilen wir uns ja die Kosten. Das heißt, es wären dann für meine Wenigkeit 75 Euro. Aber natürlich ist so ein Hund schon auch eine Ausgabe und eine finanzielle Belastung wäre jetzt zu viel gesagt. Aber so ein Tierchen kostet halt eben Geld. Und je nachdem, wie oft man eben vielleicht auch zum Tierarzt muss und Probleme mit Magen, was auch immer gedönst, kann das dann auch diese Tierarztkosten deutlich teurer werden. Und ich bin mir sicher, man kann den Hund auch deutlich günstiger ernähren. Und dann ist es eben nicht so abwechslungsreich wie jetzt bei uns und so weiter. Aber wir legen da eben sehr viel Wert drauf, dass sie da verschiedene Sachen erfahren kann. Auch, dass sie regelmäßig eben mit uns auf den Hundeplatz geht, dass sie gut erzogen wird. Weil wenn du dann so einen 40-Kilo-Hund hast, der dann nicht hört und nur Mist im Kopf hat, dann ist das irgendwie auch für alle Beteiligten nicht so cool. Und das war uns von vornherein einfach wichtig, dass der Hund alltagstauglich ist, dass man sie im Prinzip überall mit hinnehmen kann, wo sie erwünscht ist. Und ja, deswegen legen wir da auch relativ großen Wert auf. Und wir haben jetzt auch bei der Ausstattung, bei der Erstausstattung jetzt schon ein Stück weit drauf geachtet, dass es nicht irgendein so ein Billowscheiß ist, wo der Hund dann irgendwie zweimal reinbeißt und das ist dann kaputt, sondern tendenziell etwas hochwertigere Sachen. Ich hoffe, ja, ich konnte euch mal so einen kleinen Einblick geben, wie das so mit der Kostenseite eben im Prinzip aussieht. Und würde mich interessieren, ob euch dieses Format interessiert hat, ob ihr das interessant fandet, dieses Video, oder ob ihr sagt, Gottes Willen, Sven, ich habe es mir zwar angeguckt, aber braucht es bitte zukünftig nicht mehr über irgendwie solche Sachen berichten. Schreibt es mir auch gerne unter das Video. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen und dass wir uns bei einem der nächsten Videos eben wiedersehen. Bleibt gesund und bis dahin, euer Sven.